Hey Leute, hier ist Titsam von BIC. Gemeinsam mit Coinbase veranstalten wir den Coinbase Crypto Clash, in dem wir mit uns und anderen Promis um 20.000 Euro im Bitcoin spielen können. Ihr habt die Möglichkeit, euch als Einzelspieler über die GoBIC League Leaderbots zu qualifizieren oder als Team in eines der vier Qualifier-Cups. Wenn ihr euch als Team bei einem der Qualifier anmeldet, erhält jeder Spieler automatisch 10 Euro im Bitcoin auf seinem Coinbase-Konto gutgeschrieben. Die aktivsten GoBIC League Spieler werden in 16 Teams mit uns und anderen Promis am Turnier teilnehmen. Insgesamt werden hier 4.000 Euro in Bitcoin ausgeschüttet. Die Teams werden einige Tage vor dem Crypto Clash Finale live im Stream ausgelost. Übrigens, weil ihr noch nicht bei Coinbase registriert seid, erhaltet ihr unter diesem Link 10 Euro in Bitcoin auf euer Coinbase-Konto gutgeschrieben. Wir sehen uns beim Crypto Clash Finale am 9.11. ... ...